Beim Spiel zwischen der SG Flensburg-Handivitt und dem SC Magdeburg unterbricht ARD-Experte Dominik Klein zweimal seine Analyse. Moderator Alexander Bommes antwortet mit einem humorvollen Seitenhieb. Beim Topspiel der Handball-Bundesliga zwischen der SG Flensburg-Handivitt und dem SC Magdeburg kam es in der Halbzeit zu einer amüsanten und kuriosen Szene. ARD-Experte Dominik Klein, der gerade die erste Halbzeit analysierte, wurde gleich zweimal von einem vorbeifliegenden Ball unterbrochen, sehr zur Verwirrung von Moderator Alexander Bommes. Zunächst verschwand Klein plötzlich aus dem TV-Bild, während er gerade lobend über SCM-Profi Philipp Weber sprach. Wenn ein Ball durchs Bild fliegt, dann gilt es immer Harz an die Finger zu bekommen, erklärte Klein, während er den Ball aufhob und zurück in Richtung Spielfeld warf. Bommes, der irritiert nach links und rechts schaute, fragte verdutzt, wo warst du gerade? Klein erwiderte schmunzelnd, ich wollte ihn einfach loben und dann kam hier der Ball ums Eck. Bommes, dann suche ich mir einen neuen Experten. Doch damit nicht genug, nur wenige Augenblicke später flog erneut ein Ball am Analysetisch vorbei. Diesmal hob Klein ihn wieder auf und bot ihn Bommes mit einem Augenzwinkern an, möchtest du auch mal? Der ARD-Moderator und ehemalige Handballspieler musste lachen und antwortete, wenn du lieber spielen willst, dann sag es ruhig. Dann suche ich mir einen neuen Experten. Aber du musst dich irgendwann entscheiden. Klein nahm den humorvollen Seitenhieb gelassen auf, warf den Ball zurück und setzte seine Analyse fort, als wäre nichts gewesen.